Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Und in konkreten Zahlen? Liefern wir täglich 40 Millionen Stück aus. Mit Flugzeugen, 1600 Eisenbahnwagen und mehr als 6000 LKW. Wie wird das koordiniert? Über 29.000 Filialen. Und der persönliche Service vor Ort? Das machen ca. 185.000 Mitarbeiter. Aber, ja. Wie sieht's denn mit dem Preis aus? Eine Mark. Amerikas meist gefürchteter Gangsterboss steht unter Beschuss. Von seiner Frau. Angelo! Von seiner Tochter. Weil ich alles tun wollte, um aus diesem Haus rauszukommen. Was er auch macht. Ich kündige! Er wird überall fertig gemacht. Silvester Stallone. Oscar. Vom Regen in die Traufe. Ab 19.09. im Kino. Nichts macht mich ja nervöser, als auf jemanden zu warten. Ich spiel dann immer mit meinen Lakritschnecken von Haribo rum. Da kann man zum Beispiel eine Brille draus machen. Oder ein Jojo. Oder man kann sie einfach naschen. Er kommt! Herr Bundeskanzler! Aus der Tube frisch garniert. Tomi Mayonnaise. Tomi Tomatenpiri. Tomi Remullade. So rofft Bief garniert. Tomi Meeretich. Für den Lachs fein verziert. Tomi Senf über Kassler. Schmeckt so delikat. Aus der Tube frisch garniert. Tomi! Denn Tomi verfeinert. So liebe Zuschauer, wir setzen jetzt unsere Freddie Quinn Spielfilmreihe fort. Am vergangenen Montag haben wir Ihnen ja den ersten Film gezeigt. Heute den zweiten und am kommenden Montag geht es dann weiter. Und zu all diesen Filmen haben wir ein tolles Angebot. Ja hallo, wer sind Sie denn? Nichts sagen, nein. Nee, das ist ja wohl nicht möglich. Da! Da ist er! Da! Junge, komm bald wieder. Bald wieder nach Haus. Sat.1 präsentiert. Freddie Quinn. Seine schönsten Filme, seine schönsten Lieder. Die Freddie Quinn Spielfilmreihe. Montags 21 Uhr in Sat.1. Du bist meine Welt. Als Begleitmaterial bietet Sat.1 vier Freddie Quinn Filme auf VHS-Videokassetten an. Freddie unter fremden Sternen. Weit ist der Weg. Freddie und der Millionär. Und Heimweh nach St. Pauli. Da hab ich schon lang gewartet. Der Preis pro Kassette 39,95 Mark. Alle vier Kassetten zusammen kosten 135 Mark plus Versandkosten. Das ist gut, das ist sogar sehr gut. Schreiben Sie an Sat.1, Sat.1 Edition, Stichwort Freddie Quinn, 65 Mainz 500. Oder rufen Sie an 040 30 2013. Na endlich. Die Freddie Quinn Spielfilmreihe. Montags 21 Uhr in Sat.1. Genau, und da bekanntlich heute Montag ist, geht's auch gleich los. Vorher möchte ich Ihnen ganz schnell noch die Adresse und die Telefonnummer wiederholen. Also, wenn Sie Freddie ganz gerne auf Video hätten, dann schreiben Sie uns ganz schnell eine Postkarte an Sat.1. Kennwort Sat.1 Edition, Freddie Quinn in 6500 Mainz 500. Nochmal die Adresse. Sat.1, Kennwort Sat.1 Edition, Freddie Quinn in 6500 Mainz 500. Oder rufen Sie uns an, dann unter folgender Rufnummer 040 30 20 13. 040 30 20 13. So, und jetzt möchte ich Sie gar nicht länger warten lassen. Viel Spaß mit Freddie Quinn und dem Millionär. Der Millionär wird übrigens gespielt von Heinz Erhard. Herr Schnelle, da warte ich doch lieber, bis die Meier frisch heißen wird. Wenn Sie nicht das ganze Jahr unter südlicher Sonne weilen können, wo die Spätapfelsinen frisch gepflückt und gepresst werden, dann gönnen Sie sich zu Hause doch wenigstens ein Glas Valenzina. Den täglichen Sonnenstrahl in unserem Wetter. Ach, gut. Ob im Englischen Garten in München oder auf den Alsterwiesen in Hamburg, wer Zeit hatte, nutzte heute noch einmal den Spätsommer. Ab Mittags war es dann im Norden allerdings vorbei mit dem Sonnenschein. Immer mehr dichte Wolken zogen auf. Nach einem kurzen Zwischenhochdruckeinfluss greifen wieder atlantische Tiefausläufer auf Mitteleuropa über. Sie überqueren Deutschland bis morgen Nachmittag ostwärts. Anschließend beeinflusst erneut ein Zwischenhoch unser Wetter. Heute Nacht ziehen über allen drei Ländern dichte Wolken auf und es kommt gebietsweise zu Regenfällen. Die Tiefstemperaturen liegen allgemein zwischen 17 und 9 Grad. Im Osten und Südosten Deutschlands bleibt es morgen meist bedeckt und regnerisch. Im Norden sieht es etwas sonniger aus, vereinzelt gibt es aber auch dort Schauer. Ansonsten wird es heiter bis wolkig und trocken sein. Die Temperaturen liegen zwischen 17 und 21 Grad. Von örtlichen Nebelfeldern abgesehen wird es im Süden und Osten Österreichs anfangs noch recht schön sein. Später nimmt dann auch hier die Bewölkung zu und Regenschauer setzen ein. Die Tagestemperaturen erreichen Werte zwischen 16 und 22 Grad. Im Nordosten der Schweiz bleibt es den ganzen Tag meist bewölkt. Am Morgen gibt es auch Regen, der aber rasch nachlässt. In den übrigen Landesteilen wird es dagegen recht sonnig. Lediglich im Westen muss zeitweise mit Wolkenfeldern gerechnet werden. Die Temperaturen liegen um 20 Grad. Der Renault Clio Die Sommerpause ist vorbei. Es ist wieder Zeit für Roche. Jetzt wieder frisch bei ihrem Kaufmann. Roche Wie das Leben so spielt. Für sein Glück muss man was tun. Dem Zufall werde ich jedenfalls nichts überlassen. Ich mache das jetzt mit der Lebensversicherung bei der Deutschen Bank. Gut versichert mit einer Lebensversicherung aus der Deutschen Bankgruppe. Was die wollen sagen werden. So, fertig. Ich habe die schön aus. Die kommen hoch. Backen ist Liebe. Sanella ist Backen. Zähneputzen allein löst Zahnbelag nicht immer. Deshalb gibt es Plugs. Die Zahnspülung, die Zahnbelag schon vor dem Putzen löst. Plax Zahnspülung gegen Zahnbelag. Wirkt deutlich mehr als Zähneputzen allein. Plax, jetzt auch in Minfrisch. Also wenn Ihnen Zitronen zu groß und zu schwer zu lutschen sind, dann nehmen Sie doch einfach mal dieses praktischere Format. Ich habe Besuch mitgebracht, Mami. Ja. Psst. Kommt nur rein. In solchen Augenblicken, wissen Sie, gratuliere ich mir zu diesem Ding hier. Mein Vileda Wischmopp. Warum? Weil der ordentlich nass wischt und den ganzen Schmutz auch wirklich aufsaugt. Vom Flur, die Treppe rauf, bis in jede Ecke. Mühelos. Mit dem Vileda Wischmopp ist der Schmutz gründlich im Eimer. Es gibt ein Transportmittel mit gutem Komfort für die Passagiere und viel Raum für die Ladung. Seine Technik ist ausgereift und umweltschonend. Es läuft oft mehr als 300.000 Kilometer, ist außerordentlich wendig, hat ABS und Servolenkung, wenn Sie es wünschen, und lässt sich mit Führerschein Klasse 3 fahren. Es ist ein Mercedes-Benz. Der Mercedes unter den Transportern. Du bist das Liebste, was ich hab in meinem Leben. Dein Lächeln ist für mich wie Sonnenschein. Zusammen wird uns alles gut gelingen. Du gehörst zu mir, ich lass dich nie allein. Merci, mein kleines Dankeschön. Merci, dass es dich gibt. Zwei Stunden vor der Modenschau. Meine ganze Kameraausrüstung, alles weg, auf dem falschen Flieger. Also ich in den nächsten Fotoladen, um mir dort eine neue Kameraausrüstung auszuleihen. Der Typ, der guckte mich an. Ich zog meine American Express-Karte raus, ja, und dann lächelte er und sagte, Pas des Problems, Madame. Warum, weißt du was? Ich hab die Titel-Story. Ich hab die Titel-Story. Flecken, gerade heute. Hast du das nicht auch schon mal passiert? Tja, nicht richtig gespült. Es gibt jetzt keine Entschuldigung mehr für Flecken. Neu, SOMA 2000. Phosphatfrei, chlorfrei und viel ergiebiger. SOMA 2000 spült fleckenlosen Glanz. Auf diesen fabelhaften Abend. Das neue SOMA 2000. Fleckenloser Glanz, ohne nachpolieren. Weißt du, was wir noch zu Hause haben? Heringsfilets. Zarte Heringsfilets von Appel. Es empfiehlt sich immer etwas Appel im Haus zu haben. Just when I need someone to love me Just when I think the world's too cold There you are Right there beside me There you are in my heart Standing by me Schäber, ein Fest für Katzen Fast so günstig, aber ohne jedes Risiko. Der Lade Samara. Ab 11.390 Mark. Werden auch Sie Mitglied bei American Express Rufen Sie uns jetzt an 069-7154-123 Pudding ist Pudding. Was soll bei Darnisahne schon anders sein als bei meinen anderen Puddings? Darnisahne ist so cremig zart. Und nur Darnisahne hat den Schlag Den Schlag echter Schlagsahne Ich trifft den Schlag Darnisahne schmeckt erste Sahne Für Ihre Pflanzen gibt es etwas Besonderes ganz anders als Pflanzen Erde Es ist aus gebranntem Ton und heißt Ceramis, das erste Pflanzgranulat Das Erstaunliche an Ceramis Jedes Granulatkörnchen speichert Wasser wie dieser Schwamm Die Wurzeln wachsen hinein und nehmen sich dort Wasser und Sauerstoff Also das perfekte Selbstbedienungssystem Übrigens, mit Ceramis kann man das ganze Jahr umtupfen Tja, Ceramis, das Pflanzgranulat Einfach, schönere Pflanzen Immer mehr Menschen leiden unter schmerzempfindlichen Zähnen Der internationalen Mentadent-Forschung ist es jetzt gelungen mit der neuen Mentadent Sensitiv solche Zähne sanft und zuverlässig zu schützen Mithilfe der körpereigenen Wirkstoffe Zitronensäure und Kalium Durch diese völlig neuartige Kombination senkt Mentadent Sensitiv effektiv die Schmerzempfindlichkeit sensibler Zähne Mentadent Sensitiv Die neue Zahncreme für schmerzempfindliche Zähne Ich dich liebe Du mich lieben Morgen vorbei Er hätte das gedacht Herr Meier, Herr Meier Das haben sie gut gemacht Jetzt Sidolin Einfach sprühen für streifenfreie Sauberkeit Und bei besonders